Amnesia Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia Ich weiß ja immer noch nicht ganz genau wie es weiter geht Manche sind einfach ganz normal durchgelaufen weil ich es mir nicht ganz vorstellen kann Nein Toll Manche Rezpeller laufen einfach durch wie bei mir Ich hab irgendwo was vergessen Auf Frage ist was Du bist schon doof Was ist zu? Da hat sich doch nichts verändert Gehilded Ja Oh schoo Oh man, dieser ist ein Kanto-Selow. Oh es ist ein Kanto-Selow? Ich glaube, es ist ein Kanto-Selow. Schreit ins Produkt Warte mal Weiß Öl kann man halt nicht mehr benutzen können Öl Ja Öl 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 Jaaah, we're talking. Jaaah, we're talking. Jaaah, we're talking. Jaaah, we're talking. We're talking about the next level. We're talking about the next level. Hmm. We're talking about the next level. 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 geht für die Zuschauer, Freunde hilft leider nichts. Wir beenden derweil diese Part. Ich weiß, es ist viel zu kurz, aber bevor wir uns noch mehr verlieren, schaue ich lieber nach. Und sobald ich weiter weiß, machen wir weiter. Ansonsten sehen wir uns noch in der nächsten Part wieder. Aber wenn es euch gut empfiehlt, daumen da lassen, daumen hoch. Den steigen wir aber nix mehr. Die nicht? Nein. Okay, alles dann, daumen draußen, da, lassen. Abonnieren nicht vergessen. Alles dann, bis dann und tschau.